So, die Sonne geht unter, die scheint hier so ein bisschen rein, aber ich möchte uns allen an einer Freude, was mich total freut, mit teilhaben lassen. Eine Schwester aus Kappeln, das ist oben an der Ostsee, die hat uns folgende Karte zugeschickt und auch Sachen zukommen lassen. Lieber Arno und Familie, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Ich bete schon längere Zeit für dich und euer Team. In großer eigenen Schwachheit sende ich dir euch diese Herrensachen in großen Größen zu, plus die Kleinigkeiten. Wünsche dir euch von ganzem Herzen des Herrn Jesus Christus Führung, Bewahrung, Gnade, Barmherzigkeit und seinen reichen Segen. Ergebe euch, was in seinen Augen gut ist. In großer Schwachheit und Unvermögen in der Liebe Christus. Von einer Barbara und sie hat das auf einer Karte geschrieben. Welches ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihm suchen im Gebet. Liebe Schwester, vielen, vielen Dank. Und nochmal vielen Dank auch für die Ermutigung, die wir immer wieder bekommen, für die Spenden und so weiter. Der Herr segne euch in der Liebe Jesu und im Gebet miteinander verbunden. Euer Bruder Arno Ruttnig von der Ruhrpott Mission. Amen.